Hallo meine Lieben! Es sind 3 Jahre vergangen, seitdem ich das letzte Video gehangen habe. Shame on you. Aber da ich immer noch Kommentare bekomme, weil ich dann wieder ein Video hochlade und auch immer noch neue Abonnenten hinzukommen, wo ich schon seit 3 Jahren kein Video gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich könnte doch jetzt mal wieder etwas holen. Ich weiß nicht, ob noch Interesse besteht und wenn ja, was ihr jetzt sehen wollt. Also in den 3 Jahren sind ja unendlich viele ASMR Channels zubekommen, auch im deutschsprachigen Raum. Und ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt noch Interesse habt, an weiteren Videos von mir. Ähm, wenn ja, was ist das mit dem Video zu sagen? Sollte ich mir ja vorlesen oder etwas anderes? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, das würde ich auch super freuen. Und ja, ich hoffe euch geht's allen gut. Tsch! Ich hoffe, wir sehen uns gut. Tschüss! 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 Tschüss!